hallo und willkommen mein lieben heute krosten braten hier so schön im kugelgrill und wir werden dann unser sommer langzeit projekt weiter machen zwischendurch weil das braucht bis zu acht stunden bis der fertig ist ich würde sagen wir halten mal die kohlen ein schauen wie er aussieht am anfang und dann lassen wir das schön acht stunden köcheln viel spaß dabei so 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 mein lieben der krustenbraten ist fertig ich hoffe er schmeckt werden wir gleich sehen wenn es euch gefallen hat wie immer lasst mir den damen da schreibt in die kurze comments und wer mag natürlich ein abo und wenn ihr nicht mehr verpassen wollt was auf dem kanal passiert haut mir einfach einen auf die glocke vielen dank und tschüss so 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 so